. Yo, Bro. Bro? Bro, Alter. Bro, ich hab was für dich. Drehen wir jetzt das Video oder nicht? Hell yeah. Seht ihr das? Seht ihr den Ballon da hinten? Den schieße ich jetzt ab. Seht ihr das? Damit wäre wie es den Luftballon kommt. Ich mach jetzt einen Chor. Let's go. Nice. Wir machen jetzt das Ampelsystem. Rot. Gelb. Grün. Mein Name ist Bond. Johannes. Bond. Demo. Edel. Hey Patrick. Okay, let's go. Längst dann auch schon der Welt auf Senus' Gucci Portemonnaie. Dann, let's do it. Bist du die Dartfighter? Glacquise. Dieser Wurf geht an die Fortnite-Suchtis. Ich bin Daryl, dein Vater. Doppel-Piece. Echt. Yo, Bro. Gib mal du den Essen. Hell yeah. Bro, hast du einen Schluss? Ja. Danke. 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 Klapp. Das fuck. So, meine lieben Zuschauer, wir haben jetzt hier ein sehr scharfes Skalpell. Mit diesem werden wir den waagerechten Wurf wirklich nochmal anschaulich präsentieren. Und zwar, wir haben hier ein Pendel mit einem mit Wasser gefüllten Tennisball hier unten und werden dann dieses seidene Stück mit dem Skalpell durchschneiden, während es schwingt und es wird eine parabelförmige Flugbahn haben in diesem Becher hier hinein. Viel Spaß. Drei. Drei. Nice. Yeah. Der war, der war, der war, der war. Wunderbar. Oh mein Gott. So, Bro. Ich will schauern. Wir sehen uns. So, Leute. Das war's mit dem Video. Dieses Trickshot Video hat echt so viel Zeit in Anspruch genommen. Wir haben echt drei Tage, jeden Tag mehrere Stunden gedreht. Ich hoffe, dass euch hat's gefallen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr das bewertet oder? Abonnationen da lässt auf jeden Fall wieder. Und kommentiert. Also, Leute. Jetzt kommt natürlich wie immer die Outtakes. Viel Spaß damit. Und ja. Auf Wiedersehen. Das war's. In mein Herz. In mein Herz. In mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Mein Herz. Oh mein Herz. Wie oft treffen wir unser Herz jetzt in dem Video? Kurze Werbeunterbrechung. Und zwar, in den folgenden Videos wird irgendwann ein Kommentarvideo vorkommen. Deswegen brauche ich auch Kommentare für dieses Kommentarvideo. Das heißt, kommentiert einfach in der Kommentarsektion. Das wäre super. Tschüss. Das ist der Noluka. Das ist der Noluka. Oh mein Gott, das war so peinlich. Was zum Geier. Okay, Leute. Guckt euch den an. Let's go. Nein! Du dreckiger Go. Dreckiger Go. Ist das schief gehen können? Wie hier jemand rumfällt. Nice. So. Peinlich. Was zum Geier, Jan Meier. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Manu. Oh nein. Weiß. Aargh. 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 Oh mein Fuß. Ich muss raus. Ja ich muss raus. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Manu. Oh!